Vierter Streich, hier jetzt eine trigonometrische Funktion. Bestimmen Sie die Tangente sowie die Normale an den Graphen von f von x gleich 3 mal Sinus von 2x plus 4 an der Stelle x0 gleich 2. Gut, wir haben die Funktion f von x, wir haben x0 gleich 2, wir können f' von x bestimmen. f' von x ist nach der Kettenregel, Faktorregel, Summenregel. 3 mal Cosinus von 2x mal 2. Die 4 fällt weg, die 2 hier ist die Ableitung von 2x, die 3 ist der Faktor und Cosinus ist die Ableitung von Sinus. 3 mal 2 können wir noch zusammenrechnen, sind dann 6 mal Cosinus 2x. Dann haben wir die Möglichkeit f von 2 zu bestimmen, x0 gleich 2 ist für diese Serie ja gleich. f von 2 ist, wenn wir das in den Taschenrechner eingeben, 1,73. Und hier ist f' von 2, wenn man das in den Taschenrechner eingibt, minus 3,92. Und dann können wir das auch einsetzen in t von x ist gleich, f von 2 ist ja 1,73 plus minus natürlich 3,92 mal x minus 2. Und dann rechnen wir das aus, ist gleich minus 3,92x. Das würde ich immer als erstes schon gleich hinschreiben. Und jetzt würde ich auch mit dem Taschenrechner gleich minus 3,92 mal minus 2 rechnen, sind 7,84. Und das rechne ich gleich plus im Taschenrechner 1,73 und kriege dann hier plus 9,57 raus und habe gleich die Tangente im zweiten Schritt. Bei der normale kann ich das Ganze auch so machen, ist gleich 1,73 plus 1 durch 3,92. Jetzt haben wir hier endlich mal eine negative Zahl. Und minus 1 durch minus eine Zahl ist plus 1 durch plus die Zahl mal x minus 2. Wer jetzt 1 durch 3,92 tippt, kriegt dabei 0,255 raus. Das ist natürlich eine Zahl, mit der man vielleicht rechnen mag, vielleicht auch nicht, aber ich finde sie eigentlich ganz schön. 0,255 ist natürlich vielleicht auch 0,26, je nachdem, wonach man runden darf. Hier habe ich jetzt immer mit zwei Nachkommastellen, dann kann ich auch hier mit zwei Nachkommastellen rechnen. Das ist 0,26x, ist das hier und auch hier wieder 0,26 mal minus 2, sind minus 0,25. Und dann kann ich da gleich plus 1,73 rechnen, kriege ich plus 1,21 raus. Kann mich freuen, dass ich auf schnelle Art und Weise normale und Tangente von dieser Funktion an dieser Stelle berechnet habe. Und kann dann auch lustig das Schild zeigen. Das ist natürlich in der Klausur auch schön. Halt das Schild hoch! Nein, Spaß! Also, Witz am Rande. Jetzt kommt gleich noch eine Logarithmusfunktion und eine Wurzelfunktion. Und dann bin ich auch tatsächlich hier raus und sage Tschüss!